Musik Also wir befinden uns in Seefeld auf der Wildmusalm und haben, der Winter hat begonnen, wir haben herrliche 60 Zentimeter Schnee, haben die Läupen in Betrieb, genau 6 Kilometer, Skating und klassisch kann man derzeit laufen. Das letzte Mal diesen einen frühen oder so einen frühen Wintereinbruch hat es 1973 in der Olympiaregion gegeben. Meine Langlaufsaison dauert normalerweise vom ersten Schneetag bis zum letzten und dass es heuer mehr oder weniger Mitte Oktober ist, ist schon besonders originell und man sieht es ja auch an den vielen Leuten, die das genauso originell finden. Man muss es einfach ausnutzen. Wie am Freitag das erste Mal hier oben war, hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass es so gut geht, aber die Seefeld haben wirklich gute Läupen herpräpariert und man braucht nur in die strahlenden Gesichter schauen von den Einheimischen, aber auch von den vielen Gästen, die hier oben sind. Die haben alle ihre Rechte freut und so ist es sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017